und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge pokémon kennt ihr das ihr wacht auf und habt einfach fett rückenschmerzen und da knackt alles aber es war kein gutes knacken es war einfach nur ein böses knack gemacht das hatte ich eben oh ja ja wir zocken halt jetzt weiter ja auch so weit abgefrühstückt daran kann ich mich noch über einen drück erinnern ging auch ziemlich easy Warte was zur Hölle jetzt sag mir nicht er hat das nicht gespeichert wie war es meine pokémon nein ich habe auf speichern gedrückt und er hat es nicht gespeichert ich glaube das jetzt nicht nein 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 ja gut dann sehen wir uns gleich wieder und entschuldigt anscheinend hat er das echt nicht gespeichert bis gleich und damit herzlich willkommen zurück jetzt sind wir an der stelle an der wir das letzte mal aufgehört haben ja mir tut es halt leid aber er hat nicht gespeichert obwohl ich auf speichern gedrückt habe na gut auf jeden Fall sind wir jetzt wieder da haben die haben den wunderschönen Arenaleiter besiegt mal eben zack zack fertig damit hätten wir hier auch abgefrühstückt kurz noch in den markt ein bisschen einkaufen man weiß ja nie natürlich kannst du mir helfen ich möchte gern was kaufen ich nehme mal ein pokémon mit auf jeden nein 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 nö trank auf jeden glaube ich noch zwei stück drei hundert kosten die dinge halt pfuhu oh ein fluchtseil kann man immer mal gebrauchen gegengift habe ich noch feuerheiler aufwecker nehme ich mit feuerheiler habe ich damit und tschüss wenn man seine pokémon eifrig trainiert können sie selbst schwächere pokémon für Überraschungen gut sein ja schön das ist toll ein zwielichtiger alter Mann hat mir dieses seltsame pokémon angedreht es ist vollkommen schwach und hat 500 pokodollar gekostet gibts mir ja immer her damit unser pokémon ist ein Außenseiter deshalb ah da waren wir schon drin ja 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 kennen wir schon hey du glatze lass mich in Ruhe ich werde einfach nur weg ich will nicht alles durchdudeln ja dann geh kämpfen und hol die Ohren voll Pfosten stimmt da komme ich ja noch nicht lang wie groß nur kein Zerschneider naja auf jeden Fall steht auf dem Schil hier Achtung Diebe haben ah das haben wir doch schon gelesen Diebe haben Pokémon Fossil von Monteberg gestohlen wenn sie sachdienliche Hinweise haben wenden sie sie bitte an die Polizei in Marmoria City Okay See you later alligator I'm going to stop there Uhu Oh hallo was standst du mich so an boah männliche Frau naja Gere möchte kämpfen Gere setzt Taubes hier ein Gipf Bob Gib ihm Kante Tudüüüüüüüüüü g Deswegen war ich nicht vorher noch im Pokémon Center nach den Kämpfen. Weil hier noch einige voll Idioten sind. Und... Dann kann ich die gleiche heilen, weißt du? Verstehst du so, was ich mein so? So, epic. Bitch. Ach ja. Wir gehen daneben. Was ist denn los mit dir? Ey, du mit dem Scheiß Sandwirbel. Ne, geh mir nicht auf den Sack. Nimm das. Ey, machst du jetzt nochmal Sandwirbel? Hau ich dir aufs Maul. Und ich hau dir aufs Maul. Guck mal. Ey, ich will nur nicht gegen Taupe zu Level 9, Alter. Aber jetzt machen wir fertig hier. Ey, was? Ist das dein fucking Ernst? Ey, komm. Neu. Jetzt machen wir fertig hier. Ey, ich glaub das jetzt nicht. Tackle? Ey, was? Der kann ja gar nichts mehr. Der ist ja voll am Ende. Ey, in seinem Scheiß-Kack-Piss. Oh, ich mach's Sandwirbel. Ja, läuft ja ganz gut hier, wa? Ja, komm. Sonn, Scheiße. Ja, Bob wurde besiegt. Ich weiß. Jetzt kommt Bosshaft am Start, Junge. Bosshaft. Kampf-Uwe-Instoß. Spoof. Meine Kackbratze, ey. Jetzt hab ich auch die Fresse weg, ey. Ich muss das Ding eh trainieren. Passt schon. Yes. Winning. I'm some epic. Du bist gefährlich. Nicht. Du bist nur Opfer. Ja, ja. Epic-Beste. Epic-Geschirr. Ja, du auch. Hey. Ich kenne dich aus dem Bertania-Wald. Oh, nee. Ich bin so verkackt Käfer-Sammler. Och. Digger. Hey, und der drei Pokémon, ey. Scheiße. Vorteil, ich kann Taupsi trainieren. Oh, der gesagt Bosshaft. Ich kann Bosshaft, Bosshaft trainieren. Digga, ich schwöre das Gym. Oh, ho, 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 ho. Oh, ja genau, ich möchte mal Pokémon wechseln, weil ich ja so viele hab. Ich muss erstmal hier, äh, trank und so. Gib ihm Kante. Ja. Puh. Ja, danach sollte ich vielleicht mal meine Pokémon heilen gehen. Wäre die Idee zumindest, glaube ich, ne? Oder was meint ihr? Ach, so ein Mist, ey. Digga-Buddy-Live, fett bist du geworden, was? Wer hat das gesagt? Ich rass zu Hause gleich hier, was soll denn das? Ich bin nicht fett. Ich bin schon hier gebaut. Echt, ey. Oh, ich kann kein anderes Pokémon in den Kampf schicken. Nein. Geh, versammeln, du siehst so rappi ein. Echt? Cool. Ey. Reicht mit dir. Komm, gib mir jetzt einen Volltreffer. Natürlich nicht. Gib mir jetzt einen Volltreffer. Bitte. Ja, ich weiß. Ja, war schon mal ein bisschen besser auf jeden Fall. Und auf Wiedersehen. Uh. Yay. Du hast mich wieder besiegt. Ich weiß. Ach, so gerade eben so. So, ein Mist aber auch, ey. Ja, bitte heil meine Pokémon. Mach meinen Bob und meinen Boss auf Wiedergesund. Ding, didi, ding. Weil ich einen Trang verwendet habe, nehme ich jetzt noch einen Trang. Ja, du kannst mir behilflich sein. Ich möchte was kaufen. Echt? Einen Trang. Danke. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Und tschüss. Haha, ich hab dich beklaut, Bitch. Hehehe. Und er hat's nicht gemerkt. Hehehe. So ein Opfer. Was kommt der nächste Mongo? Jawohl. Überall sind Brennnesseln. Und ich trage Scholes. Ja, dann geh weg und kauf dir eine verfickte Hose. So ein Mist. Ach, so ein Opfer. Opfer. Teenager möchte kämpfen. Okay. Ratzfatz. Okay. Gib ihm blubber. Oh, die Leute fehlten. Das tut mir aber fast leid. Blub, 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 blub. Ups. Gibt ihm ein Uxokiep, yo. Eine Attacke, die ich zum ersten Mal jetzt wieder sehe. Oh mein Gott. Nein. 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 Yeay. Yes, Bitches. Yeay. Akku-Knarre. Oh, Redan. Ne. Gib ihm Akku-Knarre. Geil! Davor kriegst du noch eine. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Die Verkulterung eine reine Teichung. Schlauhe, ein paar Sachen. So, und weiter geht's Meine Fresse, Alter Bist du auch ein Trainer? Man muss es kämpfen Okay Okay, Versammler möchte kämpfen Kampf Aquaknarre Witz Ey Meint der Fadenschuss und so Tackle Ey Hier wird ein fucking Giftstachel, Mann Und ein Gut Schlitz Schlitz Herr Jetzt Ich bin Kante wsz Sch Mann So im Teckel ist jetzt nicht so effektiv, aber hey, besser als nix, ja, und was macht ihr so in eurer Freizeit, also ich teckel gerne, schreibt's in die Kommentare, so, epische, boah, bosshaft, kampfige Kampf, ey, was soll das, was, dein Ernst, boah, alter, nichts geschieht, ja, passiert, gib ihm Teckel, Digga, nö, gib ihm auch ein knarre Junge, die ging daneben, achso, okay, ich hab' auch verdammt, hätte ich die Teckel machen können, ja, ich weiß, blablabla, blablabla, oh, 16, Junge, oh, ein Saftkorn, dem gib ihm Steckel, nein, man, dem gib ihm Winschterus, boot, boot, Eeeey, wollt ihr mich jetzt irgendwie alle nerven oder so? Boah, kauf dir, kauf dir einen Geländewagen oder so, aber nervt mich nicht, ey Och, Leute Ich hab auch noch ein Leben, auch wenn man's vielleicht nicht denkt Hey, Bob entwickelt sich, geil Geilo, wo du zu Schillock BITCHES Epic Ist das geil oder ist das geil? Hey, und der nächste Vollidiot Warum schallst du mich zu helfen? Weil du hässlich bist Darum Das ist wie so ein Autounfall Man kann nicht weggucken, es tut mir leid Aber man, das geht nicht Ich gehöre mich kämpfen Was ich jetzt mache? Ich geb dir den hier Boots in your face Just in my pants Nein, falsch Was? Das hab ich nicht gesagt Das würd ich niemals tun Oh, ein Eduard Möchtest du? Nein Okay, oh fuck Knarre Boots 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 Macht der so Gib ich dem den hier Boots Digga Winnie Bleib immer nicht Ja, jetzt wird dir ganz bestimmt Nicht, du bist ein Mongo Guck dich mal an, ey Pixel und so Weißt du? Und der nächste Vollpfosten Meine neuen Pokémon Wollen wir kämpfen Äh, ja Äh, ja Kiefe zusammen, ich möchte kämpfen Digga 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 Gibi, mein Home Gibi Hop ihr vor nem sie Jeeeeeeey! Mhh, ja. Ich möchte umherren, Mann, ey. Bei mir gibt es auch einen Herd noch. In der Hose. Ja. Was? Ein Tupfel. Mach doch, was ich dir sage. Dann wird alles gut. Ich will euch immer weniger, indem ich den Vieh abziehe. Finde ich nicht gut. Komm, gib mir den Volltreffer. Mach schon. Oh. Epic Battle Fight. Bitches. Nichts geschieht. Du, Mongo. Yeah. 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 Level 12. Ghetto. Yeah. Ghetto. Winning. Du hast eine Pokémon besiegt. Ich weiß. Ich bin ja auch im Bar. Weißt du was? Da das ja alles gerade so schön ist. Machen wir kurz einen Tausch hier. Hä? Achso. Hm. 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 Na du? Hey. Ich bin mein Bruder. Gesagt. Ich soll Sorts anziehen. Achso. Ich habe mein Bruder. Das ist... Morgens früh. Morgens früh. Nicht meine Zeit. Äh. Tierhändchen möchte kämpfen. Tierhändchen sitzt Habitag. Yay. Habitag. Boah, lebe 14. Das wird krass. Und dann gebe ich dir den hier. Ah. Und dann gebe ich dir den hier. Ui. Däger. Bitte Silberpick. Bitte Silberpick. Heule. Okay. Wenn ich Glück habe... Ja, 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 ja. Bitte, 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 bitte. Nein. Aber jetzt habe ich dich. Bäm, Junge. Vorbei mit dir. Auf Wiedersehen. Butz. Level 13. Bitches. I'm so winning. Nein. Verloren. Tja. Leg dich nicht mit Bosshaft an, du Penner. Hehehe. So, jetzt gehen wir jetzt noch... Jetzt gehen wir noch mal zurück ins Pokémon Center. Ja, ich möchte meine Pokémon heilen. Das wäre echt ziemlich nett. So. Also habe ich die Mongos hier alle besiegt. Das finde ich super. Oh, wir brauchen alle 24-7 hier doof in der Gegend. Oh, nein. Huch. Sollen das etwa Annäherungsversuche sein? Ey, Digga, ich bin 10, Alter. Komm mal klar. Gehre mich. Pummeluf. Oh, nein. Pummeluf. Oh, nein. Oh, nein. Mag Pummeluf nicht. Sehr schön, sehr schön. Nein, das gefällt mir. Das gefällt mir nicht so. Aber das gefällt mir. Pummeluf. 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 Ich bin über einen kleinen Stein gestolpert. Ein Stein-Pokémon. Mondberg, Tunnel-Eingang. Ja, aber das gibt es erst in der nächsten Folge. So wie ich dann sehe, bin ich schon wieder ziemlich auf Überlänge. Und wir sind endlich am Mondberg angekommen. Unglaublich aber wahr. Und damit jeder es sieht, ich werde jetzt speichern. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Sei so, hat das Spiel gespeichert. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. See ya.